Möge auf der ganzen Welt ein lauter Schrei nach Frieden aufsteigen, das sagte Papst Franziskus bei seiner Generalaudienz an diesem Mittwoch vor über 50.000 Menschen auf dem Petersplatz. Der Papst erinnerte an die bevorstehende Gebetswache für den Frieden in Syrien, dem Nahen Osten und weltweit, erhoffte auf starke Beteiligung. Am kommenden Samstag werden wir einen besonderen Tag des Fastens und Betens erleben. Ich erneuere meine Einladung an die ganze Kirche, diesen Tag intensiv zu begehen. Und schon jetzt danke ich den christlichen Brüdern, den Brüdern von anderen Religionen und allen Männern und Frauen guten Willens, die sich diesem Moment auf ihre je eigene Weise anschließen wollen. ...nei luoghi e nei modi loro propri a questo momento. Esorto in particolare i fedeli romani e i pellegrini a partecipare alla veglia di preghiera qui, in Piazza San Pietro, alle ore 19, per invocare dal Signore il grande dono della pace. Si alzi forte in tutta la terra il grito della pace. Applaus ... Applaus ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020